Hey Leute, Creepsyndrom hier. Wie vielleicht schon einige mitbekommen haben, gibt es mich jetzt auch auf Facebook. Und wenn ihr mehr erfahren oder direkt bei Umfragen beim Kanal mitwirken wollt, dann schaut einfach mal vorbei. Mich würde es auch freuen, wenn ich mit Fans ein bisschen chatten kann. Es werden immer die neuesten Dinge gepostet, was auf meinem Kanal passieren. Also schaut vorbei, um noch mehr zu erfahren über die Macht der Creepypastas. Have a nice day.